Hi, ich bin Niki. Ich freue mich, dass du beim Cardio-Training dabei bist. Wir machen heute Cardio-Training mit einem vertikalen Step. Was das bedeutet, zeige ich dir gleich. Du kannst den Step auch auf eine höhere Stufe stellen, so wird es intensiver. Wir machen heute einfache Schritte, die wir öfter wiederholen und nachher auch mit anderen Schritten zusammenpacken. Aber keine Bange, du kannst den Kopf ausschalten und es geht wirklich nur ums Schwitzen und ums Kalorienverbrennen, denn Weihnachten kommt ja bald. Falls du zu Weihnachten dir noch ein Weihnachtsgeschenk suchst oder du vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk verschenken möchtest, dann habe ich dir hier meine Step Collection. Und zwar gibt es da T-Shirts, es gibt auch Hoodies für jetzt die kalten Tage. Also schau doch auf jeden Fall mal bei meinem Shop vorbei und das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, was man sich wünschen kann oder auch verschenken kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, pass bitte auf dich auf und nun geht's los! So, wie du siehst, haben wir den Step vertikal. Ich werde den Step auch noch hoch stellen. Du kannst ihn aber sehr, sehr gerne unten lassen, dann ist es nicht ganz so anstrengend. So, Delay! Wir atmen mal tief ein und aus. Tief einatmen. Bleib dabei! Nochmal richtig schön einatmen, mach dich lang und komm nochmal tief. Einatmen lang und tief. Letzten zwei. Letzte noch. Achtung, gib mir mal Side-to-Side. Rechts und links. Einmal mal über die Ferse und tap. Mach dir genügend Platz rechts und links neben dir. Nimm gleich mal die Arme mit und schwing einfach mal. Mach dich lang. So viel Platz brauchen wir neben dem Step. Man muss sich ja erstmal umorientieren, wenn der Step auch hoch ist. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung, Leg Curl. Mal hinten die Ferse ran. Die Ferse ran. Die Hüfte ist gestreckt. Und dann lass dir mal tief und hoch. Das ist ein ganz kleiner Squat. Wir machen nämlich nachher auch ein paar Squats, aber dazu später mehr. Noch vier. Drei. Zwei. Gib ihm mal einen Knee-Lift. Einfach mal das Knie nach oben. Rechts und links in die Seite. Und das gerne die Arme mitnehmen. Vier. Drei. Zwei. Mal diagonal den Arm über das Bein. Und rotiere richtig schön den Oberkörper nach rechts und nach links. Noch vier. Drei. Zwei. Wir ändern mal nur die Arme. Und zwar kommen die mal hoch und tief. Perfekt. Bleibt dabei. Die letzten acht Stück. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Bleibt mal mit dem linken Knie oben. Bleibt mal hier. Bleibt mal hier. Mal schließen. Mal Sprunggelenk rein. Mal große Kreise. Mal in die eine Richtung. In die andere. Und dann Seitenwechsel. Mal in die andere. Und dann sind die Sprunggelenke hoffentlich warm. Mal schieren. Armplatz auf rechts. Rechts. Einfach nur mal schieren. Wir kommen erst mal in den Groove rein. Und wir tappen erst mal Front auf den Step. In vier. Drei. Zwei. Rechter Fuß hoch. Rechts. Links. Ich bin dein Spiegelbild. Einfach mal nur rechts. Links. Tappen. Sich an die Höhe des Steps gewöhnen. Nehmen wir den Arm diagonal mit. Noch vier. Drei. Drei. Zwei. Achtung. Doppeltap. Tapp zweimal. Zweimal. Auf geht die Arme. Komm. In die Diagonale. Single. 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 Double. Single. 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 Und zweimal. Das bringt schon ganz schön durcheinander hier. Single. Single. Double. Letztes Mal. Tipp mal diagonal in die Eck hier. Einfach nur rechts und links. Im Wechsel. Diagonal. So neben den Steps. Noch vier. Drei. Zwei. Auch hier. Single. Single. Double. Single. Single. Und zwei. Ab. Hopp. Und doppelt. Keine Angst. Wir tanzen mich. Wir machen jetzt richtig Cardio-Stücken. Maschieren. Platz auf rechts. So. Wir üben jetzt erst mal. Aufsteigen aufs Brett. Und zwar mit dem Tap-Up. Und das ist ein bisschen komisch. Weil wir eben frontal auf den Step gehen. Aber das schaffen wir. Komm mal rechts hoch. Achtung. Tap-Up. Tap. Tap. Hopp. Tap. Rechter Fuß-Tap. Linker Fuß-Tap. Maschieren nochmal am Platz. Auf rechts. Noch. Vier. Drei. Drei. Und nochmal. Tap-Up. Aber nur auf-Tap. Und vor-Tap. Noch vier. Drei. Zwei. Komm doch mal in den March. Marschier auf rechts. Wunderbar. Unser erster Schritt. Tap-Up. Tap-Down. Hinden die Arme ein bisschen mit. Und kürzen die Marchs weg. Die brauchen wir nicht mehr. Den Tap-Up nutzen wir als Zwischenschritt. Vier. Drei. Zwei. Let's go. Komm hoch. Tap-Tap. Nehmen wir die Arme mit. Und pass mal auf. Wir tappen mal zur Seite. Tap zur Seite. Daumen nach hinten. Brust öffnen. Bleibt mit dem Puppetiv. Tap zur Seite. Achtung. Gib mir mal. Knee Lift. Knee Lift. Und hier. Hopp. Hopp. Einfach mal nur nie nach oben. Schieb mal hier das Nie. Den Knee Lift nach außen. Das Nie. Deutsch und Englisch. Das Knie. Oder. The Knee. Richtig schön nach außen rotieren. Hopp. Hopp. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Und tap noch mal nach außen. Die Vorhand tap. Nach außen. Tap. Noch vier. Drei. Nähe nach außen. Rotieren. Öffne die Hüfte. Und öffne die Hüfte. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung. Nur nie Lift. Nie. Und nie. Einfach nur nie Lift. Jetzt haben wir hier Platz. An der Seite. Zu kicken. Hier. Rechts und links. An der Seite vorbei. Drei. Kick. Und kick. Gerne ein bisschen höher. Hüfte strecken. Und Hüfte strecken. Vier. Drei. Zwei. Alles von vorne. Tap Seite. Das ist unser erster Schritt. Den wir immer wiederholen. Wir machen ein Add-on. Jetzt kommen wir uns hinten an. Aber wir machen ganz viele Wiederholungen. Hüfte kreis. Hopp. Hopp. Noch vier. Drei. Zwei. Achtung. Kick. Kick. Und kick. Eieiei. Mir wird es schon richtig warm hier. ums Herzchen. Vier. Drei. Drei. Und achtung. Maschier am Loch. Macht's. Wenn du möchtest, trink ein Schlüttchen. Ansonsten machen wir alles von vorne. Tap zur Seite. In vier. Drei. Let's go. Tap. Hopp. 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 Vier Stück. Drei. Drei. Und hüfte kreis. Acht. Vier. Achtung. Kick nach vorne. Kick. 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 Wenn du möchtest, nimm auch die Fingerspitze nach Richtung Zehenspitze. Aber versuch, immer auf dem Standbein Gewicht zu haben, wenn du nicht wegrut. Kick. 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 Knee Lift. Und Knee Lift. Wir machen, repeat herzreif. In. Vier. Drei. Vier. Gib mir drei Knee Lift. Achtung. Link. Link ins Knie. Drei Stück. Wechsel. Drei. 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 Ein. Nochmal wechseln. Und wechseln. Nach dabei. Vier. Drei. Tapp auf den Boden. Drei. Drei. Tapp Boden. Drei. Vorne hin. Vorne hin. Vorne hin. Arme mitnehmen. Bleib dabei. Gib mir noch einen. Und Achtung. Basic auf links. Basic links. Basic links. Richtig schön. Auf und ab. Noch vier. Drei. Zwei. Drei. Tapp unten. Drei. Zwei. Eins. Seit und letztes. Nur noch drei Stück da davon. Dann setzen wir den Basic ran. Basic. Auf und ab. Geh nicht so weit komplett weg, dass du immer mal wieder die Fähne noch abstellen kannst. noch vier. Und noch vier. Drei. Zwei. Nochmal drei. Tapp. Dreimal. Drei. Drei. Eins. Und Basic. Bleib dabei. Noch vier. Drei. 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 Und Basic. So Lille. Auch rechts Basic. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Auf und ab. Auf und ab. Komm zu mir. Hoch. Tief. Wir steigen aufs Brech wieder tief. Hopp. Hopp. Tief. Das ist die leichte Variante. Komm zurück. Drei Tipps. Drei. Drei. Eins. Die andere wird noch ein bisschen anspruchsvoller. Anstrengender. Drei. Wie mit zwei normale Basic. Eins. Und zwei. Bleib mal oben. Komm hoch. Öffnen. Schließen. Öffnen. Hoch und tief. Achtung. Komm zurück. Drei Tipps halten. Drei. Drei. Eins. Drei. Drei. Eins. Nochmal. Bleib mal im Basic. Einfach nur Basic auf und ab. Oben bleiben. Öffnen. Und riefen. Auf und ab. So. Wenn du magst, kannst du hier tief. 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 Komm zurück. Drei Stück. 3, 2, 1, pass kurz, wenn wir wollen können wir auch runter hüpfen, 2 normale basic, links und links, bleib oben, hopp, hopp, komm tief, komm tief. Komm zurück, 3 Stück, 3, 2, 1, go, go, 3, bleib dabei, basic, komm nach oben, hopp, hopp, tief, hopp, hopp, tief, bei, landen, wie eine Feder, und zurück, 3 Stück, 3, 2, 1, wechsel, wechsel, gehen basic, und bleib oben, letzte Runde, tief, tief, du kannst immer einfach bleiben, wenn du nur marschierst, alles gut, und zurück, marschier, easy, marschier, wir trinken Schlückchen, wo habe ich denn mein Trinken versteckt, und dann mache ich mir ja auch mal ein bisschen lauter, wir machen jetzt alles von vorne, marschier auf rechts, atme mal tief ein, und aus, tief ein, und aus, tief ein, und aus. Achtung, alt, nur tap, front, rechts und links. Wunderbar, wir starten mit Single tap zur Seite, Hüftkreisen, kick, und dann kommen unsere Repeater. Tap zur Seite, top tap. Hüftkreis, Knie nach außen, Knie raus. Vier Stück noch, drei, zwei, und Achtung, kick vor, kick. Vier, drei, zwei, drei tap raus. Drei, zwei, eins, wechseln. Geh mir basic. Bleib oben, komm tief. Wenn du möchtest, spring. Komm zurück, komm zurück, drei tap. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Geh mir basic. Bleib oben, öffnen. Wenn du möchtest, springen. Hopp, hopp, tief. Alles von vorne. Tap, slide, und tap slide. Wir hätten einspringen und sparen können, aber machen nichts. Vier, drei, drei, Knie, Kreis. Meine Ursache die ganze Zeit, du scheinst zu laufen. Laufen indoor. Kick nach vorne. Kick. Kick. On kick. Noch. Vier. Drei. Zwei. Drei tief. Let's go. Drei. Zwei. Eins. Wechsel. Hoch. Hoch. In basic. Komm hoch. Seite. Hoch. Seite. Hoch. Wenn du möchtest, hüpf. Hoch. Und tief. Komm zurück. Drei Stück. Drei. Zwei. Eins. Drei. Drei. Zwei. Hopp, tief. Wenn du möchtest, springen. Tief. Hoch. 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 Komm zurück. Marschier. Auf rechts. So. Wir packen noch was hinten dran. Aber bald kommt es wie nach alle. Noch vier. Drei. Drei. Vier. Drei. Gib mir nie Lift. Drei. 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 Eins. Drei. 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 Achtung. Nimm die Arme mit. Drei. Drei. Ere. Drei. Achtung, noch einer. Und dann Nielift im Wechsel. Nee, oh nee. Nochmal. Drei Stück. Drei Repeater. Drei, zwei, eins. Achtung, Nielift. Und Nielift. Und Nielift. Bleib mal im Nielift. Einfach nur Niel. Der Nielift bis zum Cha-Cha. Und Cha-Cha. Und hier müssen wir aufpassen. Wir gehen jetzt ums Brett rum. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Cha-Cha vor. Und mit dem Cha-Cha zurück. Bitte aufpassen, dass ihr genügend Platz habt. Und vor allem beim Zurück, wir haben hinten keine Augen, Fuß genug hochstellen. Repeater, drei. Drei. Letzter. Und ein Cha-Cha vor. Und ein Cha-Cha rück. Marschieren. Auf links. Links. Drei Repeater. Ein Cha-Cha vor, ein Cha-Cha rück. Okay? In vier. Ich dachte, ich kann gleich weiter drehen. Die dürfen jetzt nicht nochmal abpudern gehen. Repeater drei. Linkes Knie. Und Cha-Cha vor. Marschieren am Platz. Marschieren. So. Wir setzen alles zusammen. Wir sind am Ende. Eins. Tap. Knie nach außen. Kick. Vier. Drei. Let's go. Tap. Und tap. Daumen raus. Brust raus. Wenn man hier jetzt noch Handel in die Hand nimmt. Eieiei. Achtung. Hüfte. Kreis nach außen. Und Kreis. Kick. Kick. In die Seite. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Tap. Ja. Tap. Drei. Und Basic. Basic hoch. Tief. In die Seite. Komm hoch. Tief. Auf und ab. Wenn du möchtest. Hüpf. Tief. Und komm zurück. Drei. Tief. Zwei. Eins. Tief. 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 Achtung, Cha Cha vor, Cha Cha rück, repeat, drei Stück, drei, zwei, eins. Wir machen noch einen Durchgang und dann bist du fertig, okay? Komm vor, komm in die Seite, tap, Nummer eins. Noch vier, drei, zwei, Hüftekreis. Kommt auch noch eine richtig finale Stimmung auf hier mit der Musik. Noch vier, drei, vier, drei, kick. Vier, drei, tap und in drei Stück. Go, go. Komm hoch, basic. Bleib oben, öffnen. Hopp, hopp, öffnen. Komm zurück, drei. Basic. Link. Öffnen auf. Link und hier. Fünf, fünf, vier, drei. Drei, zwei, eins. Cha Cha vor. Repeat. Noch mal ganz. Stopp. Schluss, Hose. Das können wir uns heute auch gönnen. Wir haben es geschafft. Du kannst natürlich auf jeden Fall noch ein Stretching dahinter hängen. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Für einen Daumen hoch würde ich mich super freuen. Falls du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, schau in der Setup-Crew vorbei. Hier triffst du Gleichgesinnte auf meiner Homepage. Hier unten findest du alle Informationen. Oder eine Kleinigkeit über Paypal spenden hilft auch. Also vielen Dank auf jeden Fall für euren Report und bis zum nächsten Mal. Er hat nur 18 Minuten getrackt, aber gute Zone zwei. Pavel Jobs an servis. которую man beschäftigt. Bis zum nächsten Mal auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, n es geht euch. Pavel vorher ruf. Toil Untertitel. Vielen Dank.